Hey, wie läuft's mit deinem Video? Was machst denn du da? Na, ich mach einfach. Digga, es ist Bergfest und du frisst hier so eine Scheiße, sag mal, trink Alkohol. Das ist gut für die Linie, der Alkohol macht doch immer so dick. Mir ist ja ein Gewicht völlig egal, weißt du was? Mir nicht egal, dass sie Abo zahlen. Ja, da hast du schon recht, aber ich sag mal, ein Abo im Quartal und du frisst hier irgendeine Scheiße. Trink jetzt. Ich hab doch eh kein Bier hier. Du hast nichts da. Was ist mit dem Kasten, worauf du stehst? Na, jetzt den Sternbuchkasten, den fang ich doch jetzt im Video nicht an. Hier, den nehm ich mir auf heute Abend. Okay. Pass auf, aber nicht weiter sagen. Wäre das nicht was für dich? Na, das denke ich mir doch auch. Komm, Feuer. Alter, das ist ja so gut. Das ist ja nur 0,3. Es ist mir egal, du sollst halt jetzt trotzdem. Ja, Leute, dann werden wir uns jetzt wohl damit vergnügen. Meine Damen, meine Herren, ihr habt sie sehen. Heute gibt's leider nicht. Sondern es gibt... Wie heißt das überhaupt? Kordat ist holländisches Bier. Grüße an meinen Kollegen, der mir das gesponsert hat. Ich weiß nicht, was sie in Holland gemacht haben. Aber ich hoffe, es hat geschmeckt. Jungs, ich will mich jetzt hier nicht mit einem ganzen Land anfallen. Aber wenn ich mal ehrlich bin, ist das einfach nur eine Parodie auf Deutsch. Die herrliche, verfrischende Bier, wo du obdreh... Leute, es ist egal. Hauptsache, es schmeckt. Hab ich was zum Öffnen? Ah, perfekt. Das ist nur das Bereitschaftschen, die das kann... Das kann was ab. Erste Regel missachtet. 0,3er Bier immer mindestens 2. Denn... Ich hab's gesagt, es ist ja 0,3er Bier und den Warte Gerstemut Glucositrub Obextracken. Ja, ich glaube, ich kann das zeigen. Es muss aber trotzdem aus Deutschland kommen. Denn wir haben hier dieses Lidl-Symbol unter dieser dicken Frau, die keinen Alkohol verträgt. 4,8%. Ich sag das vorher, denn meistens ist es so, man setzt an, Pfand verschluckt. Das schmeckt auch süß. Also hier steht ja Pilsner drauf und ich hätte jetzt gedacht, naja gut, das wird schon irgendwie was Herbes sein. Ah, Alter, das ist richtig einfach süß. Und ich meine nicht, dass malzig süß oder so wie bei Schwarzbier, sondern es ist so, als wäre hier einfach Zucker drin. Ich weiß nicht, was mit Glucositrub gemeint ist. Für Leute, die noch nicht so viel Biererfahrung haben oder die sagen, ein mildes Pilz ist für mich schon sehr her, da würde ich sagen, sucht mal nach dem hier. Das ist ein ganz angenehmes, es ist so ein bisschen wie, ja, Saft. Und dann ist es auch schon gewesen. Jungs, was habt ihr erwartet? Das sind irgendwie 85,9 Grad draußen. Dinos sterben bald aus. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Ich bin durchgeschwitzt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Und Tschüss. Huch, ist mir warm. Kinder hat's. Ich weiß, du musst jetzt hier körperliche Skills auspacken. Ich weiß, dass es nicht unbedingt... Aber ich kann doch nicht. Du musst es ja fangen. Ja. Das muss in einem Guss passieren, ja? Das muss ich Tschüss. Ciao. Ciao. Hi. Vielen Dank.